Hi und willkommen bei einer neuen Aufnahme-Session von The Evil Within. Ja, es ist ein bisschen her. Und ich weiß nur, dass ich hier gespeichert habe und mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich denke, wir gehen jetzt einfach wieder raus. Ich glaube, wir hatten zu wenig. Ja, da ist nicht wirklich viel zu machen. Okay. Achso, warte mal. Ich kann nachladen. Da ist nix. Da ist nix. Okay. Stimmt, wir hatten... Oh, Leertaste war das. Wir hatten alles leer geballert, ne? Also wir hatten die letzten Runden sehr, sehr viel Munition verschwendet. Ich mach mal ein bisschen lauter. Dass die Spiele immer so unterschiedlich laut sind, ist echt krass. So. Ne? Kann ich hier raus, oder geht das nicht? Ach, Leertaste. Ich vergesse immer, dass es Leertaste sein muss in dem Spiel. Ich hab Vampire the Masquerade gespielt und, äh... Ja. Da drück ich immer eh, ne? Bin ich da hergekommen? Ne, bin ich nicht. Bin hier drauf zugegangen. Kann das sein? Das ist nur die Frage, ob ich hier oben hin sollte. Wir gucken einfach mal. Oh. Hm. Oh. Er geht einfach nicht down. Wie viele Schläge braucht er wohl? Ah. Ja. Oh, er lebt noch. Wie viele Schläge braucht er? Das ist doch nicht normal, oder? Und jetzt geht sein Hirn kaputt, oder was? Okay, kein Kommentar. Streichhölzer. Äh? Also sollten wir jetzt hier lang? Okay. Das sieht gefährlich aus. Ich hätte das an seiner Stelle nicht gemacht. Aber der Junge hat Mut. Das sieht wieder krass aus. Guck mal. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wirklich. Das haben die Level-Designer schön gemacht. Vor allen Dingen für damalige Verhältnisse. Schade, dass man nicht ein bisschen rauszoomen kann, dass das ein bisschen besser aussieht, sodass der Charakter im Mittelpunkt ist. Bei manchen Texturen denke ich so, boah, krass, Parallax und alles hier, ne? Und bei manchen Texturen denke ich mir nur so, uff, was ist denn da hinten passiert? Hintergrund.png oder so. Hm. Weiß nie so richtig. Darf ich laufen? Darf ich nicht? Nee. Es gibt eine Videosequenz, Leute. Haltet euch fest. Joseph ist wieder am Start. Mal gucken, ob er seine Brille verliert. Oder auch nicht. Kapitel 11 überlebt. Okay, wenn du das sagst. Also ich weiß ja nicht, ob wir überlebt haben, aber... Ich kann überschreiben. Ah, nee. Haben wir überhaupt noch einen Kapitel 3 übrig? Hä, das ist immer das Gleiche. Okay. Hä, wie überspeichert er das? Und wenn er das überhaupt nicht überspeichert. Das ist total die Verarschung. Okay, hä. Keine Ahnung. Nächstes Kapitel. Achso, äh, nicht wundern. Ich bin übrigens wieder eingemummelt hier in meine Decke. Es ist so arschkalt. Gott sei Dank, dir geht's gut. Wie bist du hergekommen? War nicht leicht. Zumindest hatte ich nicht noch mehr, äh, Vorfälle. Ich wünschte, ich könnte dasselbe sagen. Hey, ich habe uns einen fahrbaren Untersatz aufgetrieben. Was? Läuft das Ding noch? Zeit, das rauszufinden. Scheiße! Was machst du da? Antworten wir! Äh... Okay. Okay. Äh, what? Nein, danke! Kapitel 12? Die Pfad? Willst du dich verarschen? What the fuck? Ja, natürlich! Fahrbar einen Untersatz, sagst du, oder? Äh... Wie soll ich denn das erschienen? Wieso schieße ich denn? Ich weiß nicht, wo ich hinschiehen soll, ehrlich. Äh, wenn man nachlandet. Ihhh! Warte, warte, oh mein Gott, Inventar. Ich muss mal ganz kurz ne Spritze reinballern. Wir haben... Ah, Alter, was ist das? Ist ja ich gehabt! Oh, haben die Muni getroppt? Was ist das? Oh, ich hab das. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What the fuck? Irgendwas... Irgendwie ist das mir alles zu hart grade. Uff, es kommt wieder! Äh What the fuck Wahrscheinlich nicht lange Du willst jetzt hier einfach chillen Was kommt jetzt? Ist das dein Ernst? Sebastian, sie sind über uns Wir haben Zulamit Andere Seite auch oder nur da? Einer weniger Ich frag nicht, ob sie nur da sind Ich frag nicht, ob sie nur da sind Ey, wow Sebastian, du bist echt eine Pflaume beim Schießen Auf Am Arsch Was? Das war L Äh, lol Lass auf du kümmerst dich, oder? Hast du die Flasche schon mal fallen lassen? Alter, ich bin tot Was ist eigentlich mit den Kisten hier oben? Oh, what? Dein Ernst? Du Arschler Warte mal Es kommen noch mehr Oh mein Gott Ne Das ist dein Ernst? Was passiert? Ich bin überfordert gewesen Okay Der hat ja ein Checkpoint gehabt, oder? Das können wir nochmal machen Dann mach ich es auch ein bisschen schlauer diesmal Ich werde nicht sofort das Fass in die Luft jagen Erst wenn da viele sind Was soll ich jetzt noch austesten? Hallo? Er macht es nicht Was kommt jetzt? Hä? Ich kann das machen Ich kann das machen Sebastian, sie sind über uns Achtung, die haben Dynamit Die können wir machen Die können wir machen Warte Exgebracht Exgebracht Einer weniger Ich mach mich ernsthaft Das kann Joseph machen Oder auch nicht Oder auch nicht Ja Er ist so ungenau mit der Scheißpistole Das ist nicht normal Wow Guck mal, ich krieg gar nichts, das ist so richtig scheiße, man. Ich will nicht. So, wir machen das jetzt so. Nein, 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 nein. Ja, gut, ich glaube. Ich will das nachladen, bitte. Hallo, lad nach! Wäre nett, wenn hier ein bisschen Muniwin regnet, ehrlich. Ich brauche meine Spritze. Brauche ich noch eine? Nein, das war die letzte. Anato will ich jetzt nicht verballern. Ja, wir haben keine Muni mehr. Noch hier ein paar Schuss. Aber das sind nicht viele. Klasse. Da. Ja, ich habe keine Schüsse mehr. Ah, what the fuck? Das war knapp. Oh, da ist mein Muni. Schön, schön, schön. Jetzt ein bisschen. Aber hier ist viel zu wenig Munition, Alter, ehrlich. Ich will nicht. Warum fahren wir hier links? Warum fahren wir hier links? Da wirst du überhaupt nicht gehen. Äh, nein danke. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aua, Mann. Jetzt hat er aber auf mit dem Schiff. Munition alle. Ja, Munition alle. Glaubst du es? Ich habe keine Muni mehr. Äh, warte mal, hab ich noch irgendwas, was ich draufwandern kann? Nö, ich glaube nicht. Das war's. Ich habe gar nichts mehr. Es ist alles leer. Keine Ahnung, was ich tue. Ja, und jetzt ziehen die mir noch live ab. Oh mein Grund. Ich habe nichts mehr, dass ich mich... Ah, jetzt hier. Guck mal. Moment, ich muss mich noch kurz aufpumpen. Ganz schnell. Ich werde die zweite hinterher. Was ist hier los? Warum kriege ich Damage? Ich habe keine Schuhe mehr. Genau. Ich kann eine Nake schmeißen, aber dann sterben wir wahrscheinlich. Das ist mir egal. Hier, stirbt einfach. Das klappt. Ey, guck dir das an. Ich habe... Das ist einfach egal. Hä, aber die... Die droppen halt... Die droppen das, ne? Kann das sein? Ich werde das ausprobieren jetzt nochmal... ...einspritzen. Ja, direkt die nächste, Bruder! Oh mein Gott. Dieses Spiel, die Steuerung, ne? Ist mir schon ein bisschen heftig. Oh. Oh, oh. Oh mein Gott. Nein? Oh Gott. Danke. Okay. Das war eine coole Szene. Das war gut gemacht. Hat mir gefallen. Der Boss war auch nicht so scheiße. Ehrlich, der war gut. Wo fahren wir hin, Joseph? Ich habe eine Theorie. Wir werden hier kreuz und quer durchgeleitet. Als ob jemand uns steuern würde. Daher ist es fast unmöglich, sich hier zu orientieren. Aber das Licht der Beacon Nervenklinik liegt immer in der Ferne. Dieses Ding, an das ich angeschlossen war, das habe ich jetzt an mehreren Orten gesehen. Ja, ich auch. Ich bin nicht sicher, aber es scheint immer genau dasselbe Ding zu sein. Zumindest habe ich bemerkt, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein Ding sehe, dem Leuchtturm näher bin. Es könnte Zufall sein, aber wie ich schon sagte, es scheint, als stecke hinter all dem eine Art Intelligenz. Du meinst also, wir sollten direkt zur Sache kommen und zur Klinik fahren? Exakt. Gute Arbeit, Detective. Der Weg rechts scheint direkt zur Klinik zu führen. What? Nein. Wir bringen uns einfach hier raus. Da ist ein Krankenwagen. Vielleicht gibt es dort Verbandszeug. Ich gehe. Na, ich mache das. Lass niemanden hier reinkommen. Dein Ernst? Du hast keine Muni, du blödes Stück Scheiße. Nix. Nada. Niente. Wir haben zwei Schuss Sniper. Das bringt uns einen feuchten Kack. Das ist dein Ernst? Ja, was ist das? Streichhölzer. Wow, die bringen uns viel Dank auf Streichhölzer. Oh, guck mal hier. Ein feuchtes Stück nichts. So, da ist ein Explosionsding. Wow, natürlich. Natürlich. Aua. 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 Kann man einfach erschießen. Es ist nicht wahr. Verreck einfach, du Stück Kacke. Meine Fresse, ey. Nutzlos. Ja, wow. Ja, das war's. Alle. Komplett blank. Weiß nicht, was ich sonst machen soll. Er hat eine Spritze. Das ist gut. Die ballern wir uns direkt rein. Was ist gut? Kann man da irgendwas noch machen? Das war nur eine Abkürzung oder so. Okay. Wobei- Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020